Ja, dafür brauchen wir halt ein paar Leute. Ja, ich hab heute auch ein paar Leute dabei. Das geht nicht. Warte, komm mal kurz Party-Chat, hier ist das Volk. Ja, ich wollte auch mal was wissen, ob ich hier noch ein paar Leute... Ja, ja, jetzt? Was? Deswegen, komm mal Party, wieder, ich kann nicht... Geht's jetzt? Als ob du mich nicht hören kannst, jeder hört mich eigentlich, der Leute. Als ob du mich nicht hörst. Komm mal wieder, Spielscher. Also, auf jeden Fall, ich bin der Bodyguard und wenn ein Stream-Sniper drin ist, ist das erste Ruf. Das macht gar keinen Bock, das ist unser erster Skin-Kump-Mod. Und ihr dürft dann auch rufen, auf jeden Fall, wir machen den Auf-Nur-Skin-Kump-Mod. Also, dass es zwei Leute nennen, also das, ähm, die Skin-Kump-Mod, die halt so beiden Skins passen müssen. Und wenn dann mal einer keinen Skin hat oder No-Skin ist, nicht mobben. Wen denn einmal mobben, Digga? Ich komm rein und der wird kippt hier drauf auf, jetzt ist es geil drauf, denn die Skin-Kump-Mod. Ja, die No-Skin sind die besten. Ja. Außer halt der Stream-Sniper. Und dann, genau, genau. Wie ist denn der Code? Eins, zwei, drei. Und dann, warte, ich muss kurz viel reinmachen. Hä? Ah ja, du bist viel, wenn man sie sagt. Na, mach mal du rein. Ja. Okay. Wie? Warte. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, okay. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Oh nein. Hab ich. Wir machen nur mal eine kleine Runde, dann geht's gut. Ja, also seid bitte keine Streams, das ist unser erster Auftrag. Nee, funktioniert nicht. Hm, nee. Ja, dann können wir einfach kein... Hier können wir jetzt kein Sing-Grupp ab machen. Warte, 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 warte. Ja, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Und dann sagen wir mal, was hier, gehen wir das, was auch kommt nicht mehr. Ja, warte. Das war's mal, was hier. Schreibt es in die Kommentare, ich kenne die Geräusche noch mal aus, dann haben wir uns alle gemacht. Ja, bei uns geht die Spielersuche nicht. Ja, ja, doch, ich hätte gerne keinen Kaffee. Bitte dann sagen, dass es nicht geht. Wir waren auch bei der Geräte bei den Korn. Ja, ich würde schon gerne mit euch zwei machen. Schau, Leute. Das ist ein nächsten Stream oder so. Andere Leute, euer Max. Ciao.